Ein 43-jähriger Mann ist im Landkreis Ammerland einem Traktor und einem entgegenkommenden Transporter ausgewichen und dabei gegen einen Baum geprallt. Der Mann aus Bad Zwischenahn erlitt bei dem Zusammenstoß gegen 21.30 Uhr auf der Oldenburger Straße in Höhe der Thorsholter Hauptstraße schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Er wurde aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer sei abgebogen, obwohl der von links kommende 43-jährige Vorfahrt gehabt habe, hieß es. Von dem Unfall hatte der Traktorfahrer nach Angaben der Polizei offenbar nichts mitbekommen und setzte seine Fahrt fort. Die Beamten erhoffen sich nun Hinweise von Zeugen.